Hallo Leute! Herzlich Willkommen! Willkommen aus dem Gran Sondergabling. Wie ihr schon sehen könnt, spielen wir heute mal eine Runde Snow Wanner wieder. Wir fahren auch direkt hier zu diesem blauen, denn wir sollen die Wer... Denn wir sollen die Werkstatt ja finden. So und das machen wir auch einmal. Denn wir fahren da jetzt hin. So. Wir fahren da jetzt hin. Wir hätten natürlich auch das Auto nehmen können. Ich glaube das ist sogar näher ran. Aber... Wir nehmen jetzt erstmal den LKW. Weil der ist so kackig zu fahren hier. So. Wir müssen jetzt zu diesen blauen Dings, weil ich habe nämlich einmal eine Markierung zu dieser Werkstatt gemacht. Damit ich die leichter finde. Okay. Wow. Hier komme ich nicht rüber. Dann fahr ich einfach hier rüber. So. Dann fahr ich einfach hier rüber, Leute. Sollte ja auch gehen. Wir müssen jetzt hier rüber. Wir müssen hier rüber. Wir müssen hier rüber. Wir müssen hier rüber. Leute. Ich weiß nicht ob ich das schaffe. So. Nee, das schafft man nicht mit dem LKW Weißt du was? Ich fahr erstmal mit dem Auto dahin Der ist nämlich so was So Fahren wir einfach mit dem Auto So Oh, gut, gesprungen So Na, was ist mit dem Auto? Es springt ja bis, ich weiß nicht was So Fahren wir jetzt hier nach links So Hä, wie soll ich denn da hinkommen? Oh, ich hasse dieses Spiel Junge, man soll da irgendwie hinfahren Aber man weiß gar nicht wo lang Also ich muss jetzt Hier lang fahren Hier lang fahren, hier lang fahren Über die Brücke und dann darf ich Da wo die ja sagt, Kack LKW ist Wo man hier nicht drüber kommt Wie soll man denn sonst Bitte da Wie soll man sonst zur Werkstatt Kommen, Junge Was soll man denn sonst da hinkommen? Da gibt es ja absolut null Sinn So War ich jetzt Einfach gelangt Warte, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder Wenn ich bei den Dings angekommen bin So Leute Ich hab mich jetzt mal ein bisschen hier weiter Gebracht, sag ich mal Ich bin jetzt nur noch bei 400 Äh, 52 Ich hab leider Motorschaden Weswegen Ich hier nicht besonders schnell fahren kann Aber das ist ja nicht so schlimm So Also diesen ganzen Weg hier rechts Bin ich gerade, äh, irgendwie Hier hochgekommen Mit den Seilwinden Und so was So wir müssen jetzt Tatsächlich Irgendwie rechts Eingleich Glaube ich mal Ich hab's jetzt irgendwie Hier hingeschafft Mit diesem Auto Mit dem LKW Wär's definitiv schwieriger gewesen Und ich vermute mal Dass wir diesen LKW brauchen Aber Noch Hoffe ich's nicht Weil wenn Doch Dann Äh Also will ich hier mit dem LKW fahren So Also es ist Eine sehr lange Fahrt Bis zu dieser Kackberg Statt Aber Sag mal so Man schafft es Auf jeden Fall Aber bis man da angekommen ist Ist das Auto Schrott Kannst es reparieren Und dann wenn du wieder zurückfahren willst Ähm Ist das Auto wieder Schrott So Kannst auch einfach hier bleiben Aber Ja So Wir gehen jetzt hier nach unten Wow 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 So Dann müssen wir hier Also ich hab auch Allradantrieb an Damit wir hier besser Runterkommen Ja Hier müssen wir bremsen Nicht gegen Steine Sonst hab ich Die Bigger Motorschaden Weil Ihr seht das hier Vorne schon Ähm Dass der Das Auto Nicht mehr so gut ist Aber ja Hat die Säule gehen So Wenn ich mal Irgendwann mal ankomme Ich hab absolut Nullfock langsam Mehr Wow Warum Nicht da reinfahren Danke So Ah Ich glaub ich Bleib gleich stecken Bitte nicht stecken Bleiben Das wär nämlich Jetzt gar nicht gut Hm Und Fahr bitte weiter Einfach weiterfahren Die ganze Zeit Gas geben Na Toll Na Komm 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 Ja Oh ich hab's Raus geschafft Komm 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 Let's go Auto Du schaffst das Ach hier ist so dein Matschige Weg Ne Oh 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 Ja Okay Jetzt bin ich stecken geblieben Ja Jo Ich bin stecken geblieben So Wartet Hey Ich hab ja nur dort Frau Und Hinde Zieh Ah Zieh mich raus So blöde Winde Beziehungsweise Das ist ja eine gute Winde Damit ich hier rauskomme So Mache ich lieber hier Damit ich da nicht festhängen bleibe Dabei ist Klappen nicht möglich Ja Na komm 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 Du schaffst das Hier Ja Gutes Auto So So Und jetzt hier auch nochmal drüber Komm schon Das ist doch ein schlechter Witz Muss ich mich hier auch nochmal rausziehen Oben Zieh mich raus Ja Zieh mich raus Zieh mich raus Zieh mich raus So So Ich hab's geschafft Mensch war das eine schwere Geburt Ey Sag mir nicht Ich bleib hier hängen So Jetzt aber Dieses Auto Hat ja absolut Null Power mehr Boah ich seh schon die Werkstatt Ey Ich seh schon die Werkstatt Und ich bleibe wieder hängen So Okay Dann müssen wir jetzt hier gleich nach links Dieses Kack Ding Ne Das bleibt auch überall hängen So Endlich Werkstatt entdeckt Du hast deine erste Werkstatt entdeckt Was du bisher gemeistert hast Bildet den Kern des Spiels Regionen erkunden Wachtürme entdecken Aufträge erfüllen Um Belohnungen zu erhalten Werkstätte finden Um Fahrzeug zu optimieren Oder neu zu kaufen Also Geh hinein Die Werkstatt In der Werkstatt kannst du deine Fahrzeuge abstellen Aufwerten Individuell Gestalten Kaufen Und Verkaufen Aber auch in anderen Regionen reisen Du musst eine Werkstatt am Standort finden Um freischalten Um sie zu nutzen können Nicht jeder Standort verfügt über eine Werkstatt Merke dir also Wo sich die nächste befindet Du musst nicht Erst Alles An deinem aktuellen Standort freischalten Um dich zum nächsten zu geben Viele interessante Trucks und Ressourcen Können nur in anderen Regionen gefunden werden Also lass uns aufreisen gehen Bereite deinen Trucks Für den Transport mit Hilfe der Funktion Abstand vor Vergessen sie nicht Unbelekannte Gebiete zu erkunden Wachtürme zu entdecken Und Verträge über das Kartmenü zu ausführen Okay Nice Also ich könnte jetzt sagen Hier Abstellen Dein Fahrzeug ist jetzt im Trucks Aber abgestellt Du bist bereit zum Reisen Geht Mit G So Wie du siehst Befindest du dich aktuell in Michigan Keine Ahnung Wie das ausspricht Lass uns nach Alaska reisen Wechsel die Gegend Drücke Äh Wechsel die Gegend durch Drücken auf E So Du hast hier Zugang zu einem neuen Zu einem der Standorte Lass uns dort hinbegeben Um die Gegend zu erkunden Okay Hier drauf zu unterschalten Ja Eine Werkstatt wartet hier bereits auf dich Das wird für erstes dein Primärbasis sein Lass uns reingehen Wähle die Werkstatt im Bereich Objekt aus Und betrete sie Die ist ja beschubt So Okay Leute Wir sind Jetzt in Alaska Nice In Alaska Sehen wir jetzt Nice Nice In irgendeinem Hafen Anscheinend Okay Sie ist leer Weil sie dein Wagen noch nicht im Trucklager befindet Begib dich dorthin und finde heraus wie alles funktioniert Okay Trucklager Du kannst jetzt sein abgestelltes Fahrzeug aus dem Lager holen Äh Einsetzen Deine Wagen steht in der Werkstatt Lass uns jetzt rausfahren Und Alaska Und Alaska eindecken Okay Dann kann ich jetzt Äh Aus hier Nee Warte ich will mal kurz was gucken Aha Hier kann man dann neue Autos holen Aber ich habe nur 3000 Euro Das ist ein Truckshop Hier kannst du neue Fahrzeuge kaufen Einige Trucks sind gesperrt Ein Fahrzeug kann gesperrt sein Weil dein Fahrerrang zu niedrig ist Junge warum geht jetzt auf einmal der Text weg hier Na hör mal Abschließen von Verträgen in Alaska Kann aufgrund der Wetterbedingungen schwierig sein Wenn sie besser vorbereitet sein möchten Können sie nach Michigan zurückkehren Und später Alaska Ne ich will ja jetzt Lokale Karte Spielerprofil Escape Menü Achso Den Ne nicht abfällen So Einsetzen Aktiver Truck So Jetzt zurück Achso Jetzt kann ich hier mitfahren Äh Ne Hallo Ich will mein Auto haben Junge Ich will mein Kack Auto haben Zum Spiel hin Ne Das check ich nicht Wir sehen uns im nächsten Video wieder Haut rein Euer Sander Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.